Yo, Moin! Herzlich Willkommen zurück hier zu Metal of Honor. Weiter geht's mit der zweiten Mission Bagram Flugfeld Afghanistan. Ja, müssen wir die Scheibe mehr kaputt machen. Ich fühle es auch weg. Also alles was hier lebt ist Feind, ja. Komm mal. Komm, lad nach, mach hin. Okay, scheinen wir auf die Reifen zu schießen. Oh, bringt doch was. Komm. Komm. Ist ja auch mies, ich treffe ja gar nichts, so wie der fährt. Ja, warte denn jetzt. Oh. War das unsere Leute? Ja, gut, komm. Laufen welche, ich gehe mal davon aus, dass sie böse sind. Na ja, Gott. Oh ja, noch eine Waffe, die vielleicht ein bisschen weniger streut. So. So, hat doch eine komische Mütze nichts gebracht hier. Hopp. Ich mag ja, dass man hier angezeigt bekommt, wenn man eine Headshot thundet. Das hat man bei so Singleplayer Missionen oder Singleplayer Spielen eher selten. Ah, nicht ganz durchlässt. Ja, dann ganz so. Mh... Unentschlossen will ich die Waffe haben? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich die gar nicht haben. Naja AK-47 mit. Da wäre wohl noch ein bisschen Munition zu finden. War nicht doch. Okay, wo geht's lang? Wo ist das Ziel? Leute, wo ist das Ziel? Egal. Guck mal hier. Nehmen wir einfach alles auseinander. Komme, was wolle. Boah. Ja, okay. Treschen. Tut mir damit aber auch nichts mehr. Eiii. Lalalala. Hat der Negrana geworfen. Was ein blöder Penner. Okay. Der wirft keine. Kontakt links. Auf der Fremde. Leicht vor. Huh. Halt. Uh, Granate. Immer in Deckung. sehr gut ich bin einfach mal rausgegangen so ich habe übrigens den ton vom spiel ein bisschen lauter gemacht bin mal gespannt ob man unterschied merkt im vergleich zur ersten folge ja was war denn jetzt ihre missionen da hinten und klar das ziel sind mehrere feinde am tor zahlreiche feinde und leichte geschütze ich kann da unten die guten nicht von den bösen unterscheiden können sie das ziel markieren markieren sie das tor für einen angriff roger ziel ist mit software markiert gute arbeit ziel zerstört roger neptun 1 ich komme jetzt zurück da kommt ein panzer sehr schön ich dachte das war es was denn jetzt man hört glaube ich ein bisschen sehr die tastatur ne mal gucken dass ich die vielleicht irgendwie noch mal rauskriege aber so sollte es vom ton her auch noch passen die treppe die treppe die die der die 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 Auf. Suchen wir die Mörser. Feindbeschuss. 10 Uhr. Niedrig. Mörserdruck. 2 Uhr. 100 Meter. Los. Mörsertraum eliminiert. Mörser. Hinten den Tartung. Feindbeschuss. Hier. Kotter. 12 Uhr. Kapitisch. 2. Zeck. Links. Meine Güte. Das hat aber auch lange gedauert. Bis ich die in der Erde. Ach komm wir gehen rein. Wir gehen rein. Was ist das denn hier? Nackte Kanone oder was? Da hat mich diese Szene doch gerade ein wenig erinnert. Na? Scheiße. Kontakt rechts. Träumeistertrupp. Rechte Seite. 50 Meter. Scheiße. Fang uns von unten. Link nicht richtig. Na? Komm schon. Wie ist man denn hier eine Granate? Das ist vielleicht ein G. Komm. Jetzt gucken wir uns an. In einer realen Situation wäre das blöd gewesen. Ich sehe noch einen Mörser. 300 Meter aus dem Friedhof. Gehen wir. Noch ein Mörser. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben jemand zum Tor öffnen. писare. Und wir haben einen G. Schaffung. Nach der Anführung. Wir sind hier immer noch fest. Und sie schießen sicher ein. Wir haben einen Plan lavhaut. Holen wir uns den letzten Mörser. Rechts sichern. Links sichern. Mörsertrupp. Neun Uhr. Hoppala. Ich habe die Mörsergranate fliegen sehen. Und ich habe eine Sackgasse gefunden. Großartig. Gehen wir halt den direkten Weg. Da ist noch einer. Gute Achtung. Panther, alle Mörder verstört. Roger, Jimmy hat was über ihn. Gegenangriff der Taliban im Osten aufgehnappt. Ich sehe nichts. Verstanden. Wir rücken zum Hangar vor. Schnellen sind genossen. Sie haben... Boah. Verstanden. Wir rücken zum Hangar vor und weiter zum Kontrollturm. Wenn wir übernehmen, wieder die Achtung. Verstanden. Bruch, in dem Flugzeug. Tango im Flugzeug. Er versteckt sich. Und lieber ein Uhr. Schaff, Fütter, zwölf Uhr. Na, den habe ich schon. Gehen am Boden. Habe ich den jetzt oder was? Oder ist er noch? Tut er da noch rum? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Gegner ist, aber ich schieße mal einen Warnschuss hin. Gebenenfalls in seinen Kopf. Ja, das war auch gar nicht schlecht. Das ist nur ein Grafikfehler. Oh, da fliegt er. Bleibt liegen. Oh, wir sind geschützt. Ich habe mir die Wunder, wenn der gleich einer dran sitzt. Irgendwer sieht mich. Ah, danke. Wieder einmal in einer realistischen Situation äußerst schlecht. Oh, ich hätte fast geschossen. Ah, ich glaube, wir sind noch ein paar mehr Tangos. Es ist nicht die schlechteste Waffe, ne? Aber es ist halt schon ein bisschen streuig. Ja, aber es ist halt schon ein bisschen streuig. Ja, wir sammeln uns an der untere Tür. Ja, dann. Hier noch. Jetzt aber. Oh, Panzer. Oh, Panzer. Oh. 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 Na, ich glaube, das mit den Tanks ist hier so eine Sache, ne? Also... Okay, das ist nur Mison. Ne, jetzt. Juhu! Und wieder ein Sieg für die glorreichen... Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir. Oh, ich sag halt, die Maus ist hier mega empfindlich, ne? Manchmal ist es doch ein bisschen wild. Hä? Nicht mit mir! Was macht ihr denn da unten? Der steht direkt davor. Ihr seid Kameraden, ey. Mega gut. Okay. Die Türöffner. Sehr gut. Sehr gut, sehr professionell die Tür geöffnet. Und das Tor. Scheiße! Das war knapp! Hälter! Ihr Möller! Die Vögel da dürfen nicht sterben! Wir rücken zum Tor vor! Roger! Unsere Jäger sind einsatzbereit, sobald die Flüge trug sind. Ihr könnt ihr gehen! Roger, fang die Flüge ab, aber wenn die Flüge trug sind! Schau! Na? Kontakt! Zweite Deck! Mehrere Ziele haben sich im To verstanden! Wir brauchen sie! Hallo! Tor und Rabbit! Die sind schon alle tot. Oh doch, ich dachte nur wieder tot. Zack. Scheiße, brauche Munition. Danke. Darf ich mal wieder eintreten, oder? Danke. Hat mich gefreut. Locker aus der Hüfte. Ich hasse das, wenn das Magazin leer ist, ne? Da geht so viel verloren bei. Eie. Dooröffner. Oh, gar nicht. Eine Treppe. Verpackt. Händler, hier warten. Sagen die Wortmen, die sind empfohlen. Nichts am Flugfeldwein, aber auch bei diesem Gewehr war. Verstanden, aber beeilen Sie sich im Osten. Tut sich, was die Taliban kommen. Roger, wir sind gleich da. Hört an. Verredigt. Fingern im Magazin. Status? Sicher. Lebendig. Achso, noch lebend. Stabile Fenster haben sie. Hört an. Schieße in die anderen. Not. Das läuft. Oh, ich dachte... Kann man so machen. Aber auf jeden Fall funktioniert. Ist ja auch ein Turm. Keiner mehr da. Neptun-Kampfjäger sind einsatzbereit und warten auf ihre Befehle. Erdentrocks, Rebbit. Stoppen Sie dich. Agli-35, zieht Ihre Markierung. Kanone feuert. Zehnt. Hellfire istute. Ziel in Sicht, Nettoon. 30 Millimeter bereit. Ah ja, ganz entspannt. Und hau mal rauf da. Ach da, oh. Hast du die Mission gescheitert? Ach. Was ist los? Jetzt haben wir es aber. Apg ist Rabbit, starten sie sie aus. Wir sind unter Reichweite, Mother. Sie ist wie gesagt, der ist nach wie drei, fünfzig Jahre, ihre Markierung, keine ohne Feuer. Na Rabbit, die Taliban scheinen Panzer zu haben. Sie kommen über die Übel im Süden. Panzer gegen Flugzeuge. Ich setze auf die Luftunterstützung. Russische Panzer am Horizont, ausschalten bevor sie in Reichweite sind. Neptunbombe kommt. Markieren Sie das Ziel bis zum Einladen. Oh. Das hat Spaß gemacht. Halten Sie die Markierung, Neptunbombe ist unterwegs. Ja gut, das war nur Mords Gaudi. Technische Einheit, nördlich des Dorfs. Ziel in Sicht, Neptun, 30 Millimeter bereit. Ja, wenn sie das jetzt so weiter wiederholt haben. Ja, wenn sie das jetzt so weiter wiederholt haben. Ich glaube, wir haben es auch so langsam dann, oder? Äh, was? Von Ungelenkter. Technische Einheit, südlich des Dorfes. Wir dürfen nicht feuern, eine kaputte Startbombe nützt uns nicht. Äh, 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 äh. Und schafft sauer. Jo. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich lasse das nur mal kurz laufen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt beim nächsten Mal wieder abgespielt wird. Fahren wir es mal hoch. Oh nein, beliebige Taste drücken. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal nochmal an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.